hallo leute ja wir sind hier unterwegs hatten letztes mal die bienen da rausgeholt irgendwo aus den häusern hier ich glaube sind keine mehr da oder hier hängt nix und der ist am anderen haben das glaube rausgeholt meine ich auf jeden fall dass hier die bienen drin waren kiste haben wir da reingeguckt ja in dem anderen haus haben wir doch bestimmt auch reingeguckt oder naja schauts logo dann gehen wir auf den großbildschirm hier reingeguckt ich glaube zum schluss haben wir nicht reingeguckt okay dann haben wir noch mal glück gehabt dass wir das auch noch mitgenommen haben die taler waren jetzt nicht ganz so wichtig hier war feuerstein noch kann man sogar mitnehmen haben wir schon mal welche aufgehoben ist das denn hier ich wollte die 6 eigentlich mit dem bogen kann man ja oder ja naja wo muss das was haben wir denn hier das fell will ich haben auf jeden fall das haben wir wohl aufgehoben der rest ist jetzt nicht so wichtig na obwohl hier die brechbohren bären weiß ich jetzt auch nicht wofür die gut sind ne die kann man wahrscheinlich nur irgendwie an der fallspitze machen und für den gegner dann hirschfleisch und axt ne nochmal hier schlagen wie da liegt ne axt ne wieso liegt denn hier ne axt holz kein platz im inventar hab ich jetzt nicht so ganz verstanden aber naja ok axt ist auch schon fast fertig ne gut wir wollen weiter entdecken gehen ja noch ein bisschen an der küste lang natürlich doof dass wir jetzt hier durchs wasser müssen egal hier geht es auf jeden fall noch weiter nach norden wenn oben bei der karte norden ist also wenn dann 6 ne und wenn dann normale pfeile und keine feuerpfeile also wenn dann 6 ne und wenn dann normale pfeile und keine feuerpfeile jetzt ist er weg ist hier ein stein dafür ist vielleicht die achse besser ne steht hier immer das gleiche drauf oder ich glaube das ist das gleiche wie immer jetzt wird es natürlich dunkel ne hier ist noch einer ja wo war doch leuchtende augen da aber nur einer oder hier ist eine alte siedlung da ist noch einer wenn es hier ein bett gibt wäre natürlich richtig cool ne ich sehe nichts muss man vielleicht eine fackel anmachen aber da kann ich nicht drinnen schlafen leider ne da ist ein bett aber ich kann nicht drinnen schlafen das wäre ihr preis gewesen ne ist hier der eingang da ist auf jeden fall eine truhe alles nehmen die fackel wäre natürlich auch cool mitzunehmen aber warte die marmelade ist alle dann können wir die doch jetzt hier nehmen ne kriegen die fackel auch noch mit mal schauen wann wir die nicht mehr mitnehmen wenn wir was besseres finden hier sind zwei betten ok das können wir tragen leider gar nicht hier schlafen das wäre jetzt noch richtig cool gewesen meines Erachtens ne hier ist ein Holzstapel hier ist ein Holzstapel hier gibt es auch Bienen das können wir wohl alles mitnehmen ne wir machen doch mal den hier jetzt dann den Bogen und dann da rein oder ja ich glaube die haben wir oder da oben liegt es alles hat er aufgenommen ich glaube schon ne Honig hat er ist ungeschützt hier ist nichts gut jetzt haben wir reichlich Bienen drei Stück das wird jetzt noch eine richtig große Geschichte ne ist denn noch ein Haus ich glaube nicht oder das ist nur ein Stein oder sowas ich weiß nicht ob wir jetzt hier überall waren vielleicht hier noch nicht na da sind noch ein paar die was okay der ist schon von alleine kaputt der wird gleich auch kaputt sein ok erledigt hier ist noch eine Tür zu das bedeutet hier waren wir noch nicht drinnen oder und noch eine Fackel und die Fackel müssen wir leider hier drinnen lassen liegt da was neben da ist nur ein Fleck auf dem Brett war machen wir die Tür zu dann wissen wir dass da noch was ist vielleicht ich sehe aber niemand mehr hier hier war noch was angepflanzt oder nicht ne hier ist nichts ich dachte hier wäre etwas angepflanzt gewesen wo wir gekommen sind sind wir durch so ein Feld durch ne aber das waren wohl nur kleine Schüsslinge da war noch nichts drinnen ja haben wir es ja könnte ich denn hier ein Bett eigentlich bauen was brauchen wir denn dafür Holz und eine Werkbank ok die Werkbank braucht 10 Holz für da will ich jetzt nicht machen jetzt müssen wir mal gucken wie wir weiter kommen wir gehen erstmal Richtung Wassermeer und dann wieder nach Norden obwohl da oben ist glaube ich schon ein Sabbat oder und die Nixer haben wir da oben ist es Lens End oder hier laufen so viele von den Viechern rum hier rechts geht es noch ein bisschen weiter oder aber da ist dann auch zu Ende oder da warte da war sie ok erledigt ist da noch eine Nixe gewesen? ne ne da sind auch Nixen auf dem Wasser oder? wahrscheinlich ja gut das heißt wir gehen in die Richtung da ist ja nichts hinterm Baum stehen hier ich habe keine Energie super da noch einer der war ja immer mit einem Schlag kaputt ne gehen wir weiter da ist auch schon zu Ende das ein Land was leuchtet da hinten so? keine Ahnung was hier noch irgendwo wäre? ich hörte doch jemand ne hier spiegelt sich im Wasser etwas ich will jetzt aber nicht rüber gehen und erstmal hier weiter gehen da ist noch jemand keine Energie mehr ein zappen Duster hier gut dass die so leuchtenden Augen sind dann sehe ich die wenigstens ne ok jetzt geht das Land ein bisschen weiter rein und das ist ein Fluss der hier reingeht ne ok hier ist das Wasser wieso ist hier Wasser und auf der Karte sehe ich das gar nicht ne stein hier ist das hier so komisch am glitzern oder auch noch keine Ahnung was das hier heißt da drüben ist schon wieder Wasser ne da steht irgendwie wieder ein Schild da ist es ein Wildschwein wo ist es da habe ich es ich glaube ich habe es ne hier ist eine Runentafel was sagt ihr uns ich glaube das ist der Standard Wildschwein und das ja das ist der Standard Stein hier ups da wäre schon ganz wichtig wenn es mal irgendwie wieder Licht würde ne das dauert nicht mehr lange hier sieht so aus als ob da dieser komische Baum ist ne ja Tag 86 es wird hell das ist schon mal gut ok nichts passiert komm ich da jetzt irgendwie hier rüber ok da sind hier irgendwie so ein bisschen andere Landschaften ist das ein Düsterwald da drüben könnte sein ne wer ist das ah da links könnte ein Düsterwald sein ich glaube wir bleiben erstmal hier wie sieht es denn auf der Karte überhaupt aus ok da sind wir das hier so ein Fleckchen Erde dann noch ne ok hier fängt dann ein anderes Gebiet an das ist hier auch wieder Düsterwald oder ok essen können wir noch was nachlegen ne ja was haben wir denn da das und das wo ist er denn jetzt na wieso kann ich mich grad nicht bewegen ah die Maus ist nicht mehr im Bild so ein shit das haben wir schon lange nicht mehr gehabt ok ok ja wo ist noch einer da aber wenn die hier irgendwo in der Nähe sind dann bedeutet das auch hier muss eine Kiste sein ne sah so aus als ob die von hier kamen ne ist bestimmt so ein altes Gemäuer oder so ne wohl doch nicht ja was wir mitnehmen müssen ist hier dingens wie heißt es zinn ne da ist es schon ist da noch mehr abzubauen ja jetzt stehen wir schon im Wasser und was schmeißen wir weg scheiniges Edelholz ne gut weiter geht die Reise so können wir mal aus der Tanne raus gehen und einfach hier so rum ist das auch zinn ne aber das oder ja ich will schon wieder ein ne da ist er ah da ist das Gemäuer wo ist er? da erledigt jetzt hier eine schöne Kiste wo ganz viele tolle Sachen drin sind nö gar nichts na super hier ist eine Lichtung und da läuft noch wer rum beide tot hier ist bestimmt ein Ding ins drunter ne sag schon ein Skelett dann gibt es noch ein paar Knochen die wir nicht aufheben können brauchen wir also auch nicht fertig fertig da ist noch einer super 2 oder 3 oh da ist einer der ist böse habe ich da noch einen gesehen? ich glaube ja oder? ja da steht da rum oh meine Dingens ist kaputt jetzt müssen wir uns was einfallen lassen haben wir denn noch was mit? einen Sperr haben wir da nicht mit doch der Sperr ist auf 3 dann arbeiten wir mit dem jetzt weiter alles nehmen geht bis auf die Pfeile Pfeile sind schon voll ok hier kann man so ein bisschen so rüber gehen ohne schwimmen ohne schwimmen gut und nur sieht nett hier aus ne ein bisschen nassen Füße mal gekriegt sind das für welche? mal Wildschweine ne? beide tot oh da sind wir noch nicht so gut drinnen das war da zwei Schluch brauchen ok so gucken wir weiter das sieht schon cool aus hier habt ihr schon wieder einen gehört oder? hier ist irgendwie nix aber wir sind einmal rum ne? jo dann würde ich da noch mal ins Landesinn noch ein bisschen reingucken wollen und danach müssen wir mal nach Hause weil auch die Axt ja kaputt ist ne? aber machen wir erst einen Cut hier ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abort macht eins falls ihr die vorher gefallen habt gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit wir jetzt nächstes Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao